We are investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine Embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know Detective, but I know how we can find out. Follow me. Ja okay, mach ich gleich. No down payment, okay. 2000 Dollar. Ey, für zwei, drei Neuwagen, weißt du? Damals war das Geld noch nicht viel wert. We keep all our tools in here. Mind if we look around. Be my guest. Intuition, alle Hinweise anzeigen. Äh, was? Ach, das geht auch? Okay. Okay. You sure you guys aren't interested in a new car, huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is you do here. Okay, das hätte ich eigentlich nicht machen brauchen, weil dadurch habe ich jetzt einen Intuitionspunkt verloren. Aber egal, komm. Lösen wir mal das Rätsel, einen halben Zoll. Das ist ein 3 Achtel. Das ist ein 3 Achtel. One left. Alter. Was für komische Zahlen. 5 Sechzehntel. 11. 11 32. 3 Achtel. Einen halben Zoll. 9 Sechzehntel Zoll. Warum? Leute, steigt aufs metrische System um. 16er Schlüssel. Das Ding ist 16 Millimeter groß. Warum? Warum diese ganzen Zoll Angaben? Weißt du? Die einzigen Zoll Angaben, die wir haben, sind bei Rohren. Einen halben und dreiviertel Zoll Rohr. Das reicht. Gabriel Delgado ist ein 3 Achtel. Oh, er ist ein 3 Achtel. Oh, hier ist ein Pfeiler. Optimistisch, Cole. Okay. Ist nicht relevant. Oh. Nicht gut. Wir brauchen diplomatische Plätze. Okay. Kalifornien. Keine Anzüge. Also keine Anzüge. Okay. Okay. Das ist auch ein schönes Auto. Das ist auch ein schönes Auto. Hm. Zanky. Junk. Müll. Ohne Zündkerze. Nope. Nope. Alles klar. Wir haben mit allen gesprochen. Die haben sogar eigene Zapfsäulen. Wahnsinn. Die haben sogar eigene Zapfsäulen. Wahnsinn. Vier. 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 Was sind das? Vier Liter? Vier für einen Dollar. Vier. Äh. Tore. Okay, guter Mann. Egal. Wenn du nicht wirst, haben wir ein paar Fragen. Ääääh. Okay, liebe Freunde, ich habe das Ganze noch mal durchgespielt. Ich will das jetzt mal vernünftig haben. Ich weiß nicht, Valdez. Die Embassy hat das Auto. All das ich weiß, ist, dass er eine Qualitätsfahrung kennt, wenn er einen sieht. Und ich weiß einen Scheißer, wenn ich einen sehe. Du und Valdez sind zusammen. Ich und Valdez? Ich weiß ihn gar nicht. Valdez würde nicht seine Schäume mit mir schütteln. Ich habe mit Valdez gesprochen. Er war sehr verpflichtend. Er hat uns alles über die Arrangeung, die die zwei von euch hatten. Und jetzt stoppen wir uns Zeit. Okay. Ich habe Valdez in einem Bar mitgeteilt. Wir haben einen Geld gekauft und er hat das Auto durch die Embassy gekauft. Ich habe ihm ein paar Veränderungen auf der Seite. Das passiert immer. Wo können wir Delgado finden? Ich weiß nicht. Er ist sicher nicht hier. Da mache ich mal. Ich habe nichts mit dem Kind zu tun. Du kannst nichts anders tun. Ja, die hat ihren Schraubenschlüsse gestohlen. Das Kind schüttelt wie eine Zeitbombe. Shit. Ich will nichts mehr mit ihm oder dir tun. Das habe ich wieder versaut. Schade. Äh, Schraubenschlüsse bei Obton-Diebstahl benutzt. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spade of thefts ourselves. Comes with the location. Thief and bastard to steal anything the minute your back is turned. Okay, diesmal gehe ich mal auf Intuition. Fehlende Nummernschilder. Ich könnte es nochmal anzweifeln. Angebliche Bestechung. Weil das hat Bestechungswerk vom Dewey angenommen. Zeuge meldet, dass ein alter Ford dem Verdichtigen... What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegal. It's cheaper than hiring returning GIs. They have less attitude. Downside is... They're a little light-fingered. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Go into movies, Dewey. You're missing your calling. Okay. You're behind the wheel. Nein. Do we know where we're going? Noch nicht. Sekunde. Ich muss ja erstmal telefonieren. Ja, und wir haben es endlich mal ein bisschen geschafft. Entschuldigung. Ach, das blaue ist für Polizei, das rote ist für Feuerwehrbeschwing. Und das ist... Steht da nicht drauf. Okay. Schade. So. Ähm. Hat die... Hat die Dame da gerade ihren Kopf sehr weit nach hinten gedreht? Du kennst den Weg. Du kannst fahren. Äh, woher gehen wir? Dorthin. Flup. Jetzt lassen wir mal fahren. Du hast die Geschichte in den Examinern über die Navy developing three-dimensional movies? Was ist eine Dimension? Du hast, wie ein Graph. Vertical axis ist Y und horizontal ist X. Das ist klar als Mutt. Die Third Dimension wäre Z. So, Dinge würde kommen aus dem Screen. Das ist schrecklich. Ich schraube die Leute aus dem Theater. Die Gäste würde das machen. Ich weiß nicht, die Leute schraubten, die Idee, dass ich die Farbe benutze. Schau mal, was wir jetzt haben. Idee-Druck. X, Y und Z-Achse. Ich kenne jeder. Okay. Okay. Valdez. Gabriel, Valdez. Und Jungs. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte ihn nicht wegschubsen. Okay. Achso, das ist... Ach, das ist ein Wohnblock. Ich dachte, das wäre ein ganz normales Haus. Okay, Apartment Nummer zwei. Ist die dry? Ist die vier? Ja. LAPD, ma'am. Wir suchen für Gabriel Delgado. Gabriel? Wir sind von der Polizei. Polizei? You understand? Ja. Ich verstehe. Können Sie insinieren? Was ist dein Name? Anna Rodriguez. Ist Gabriel Delgado hier, Ms. Rodriguez? Nein. Was willst du mit Gabriel? Ist er in Probleme? Bleib, wo du bist, Ms. Rodriguez. Wir müssen uns nachher schauen. Aber er ist nicht hier. Ich habe gesagt, ich habe dir gesagt. Schau mal die Umstände. Ich bleibe mit dem Broad. Alles klar. Gute Daumen, haben sie hier gar nicht gespielt. Nearly 20 weeks. 아닙니다. Wie geht's denn? Wie geht's das? Ja. Ich habe gesagt, ich bin nicht hier mitgemacht. Ich bin nicht hier. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich bin Lust. Eine sehr lange Zeit. Oh, schönes Auto. Auf jeden Fall. Hallo Katzi. Hi. Hm? Mhm. Und er raucht. Alles klar. Eigentlich dürft ihr das ja nie, ne? Ohne Durchsuchungsbefehl? Nein. Okay. Nein Katzechen? Schmeckt dir das Mikrofon? Wir sollten wirklich mehr Zeit über die Packard, Phelps. Lass uns zurück in die empty Lott. Warum hat er das Auto, Anna? Der Kunden hat ihn verurte. Er hat seine Ehre, nicht? Äh, der Kunde hat ihn beleidigt. Er hatte eben Ehre, ja. Okay. Hm. Gabriel hat vorhin in Probleme gewesen. Er hat dich hier alleine, um ihn zu antworten. Und wirst du mir glauben, dass sein Motiv sei Ehre? Bitte nicht schreien mich an. Ich habe nichts falsch gemacht. Shit. Scheiße. Mann, was soll denn das? Kann ich nochmal mit dir reden? Ich kann dir sagen, dass du liebst. Deine Lippe gehen. Ähm, Mäuschen, du bist eigentlich die, die lügt. Okay. Okay, da kann ich nicht rum. Den Raum kann ich auch nicht. Ah, ich kann da nach draußen. Okay. Hm. Hm. Aha. Packard-Reifen. Nee. Entschuldigung. Der Kleine will gar ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Weile? Weile? Okay. Und mit dem haben wir... Biding. Ah, hier. Okay. 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 Du bist in einer wirklichen Schwester, Frau Rodriguez. Aber Gabriel ist nicht hier. Ich habe nichts falsch gemacht. Tell uns die Wahrheit, Anna. Hat Gabriel hier? Ich habe ihn nicht gesehen, seit drei Nights. Du bist lieb zu mir, und ich werde dich und dein Baby in die Jäule gehen. Er ist hier, aber er hat nicht nach Hause. Ich versuche es. Hmm, ich habe mich nicht nach Hause gehört. Es ist genug, Anna. Es gibt all die Begriffe, dass er wieder zurück ist. Er war hier letzte Nacht. Ich habe ihn nie gesehen, wie so angry. Er kam raus in seine Küche und hat ein paar Dinge in ihn. Ich weiß nicht, was ich nicht wissen. Ich liebe ihn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. dann aber auch nicht. Ich riss dich, Anna. Ich denke, du bist eine Polish-ötere volle von diesen Veröffentlichungen. Welche Proben hast du, dass ich die Autos schloss? Gestohlene Kennzeichen und gestohlene Räder. Du kommst in mein Haus, um mich zu beurteilen und zu beurteilen? Ich habe viele Poliziere wie du kennst. Gabriel war nicht in der Arbeit. Wo können wir ihn finden? Er sagte, er würde nie zurückkommen. Gabriel ist unterwegs in seinem Auto. Wenn du uns wo er ist, ich versuche ihn zu bringen. Wenn wir ihn uns selbst kontrollieren können, könnte er sehr schlecht für ihn, Frau Fabregas. Er ist mit seinen Chivatos. Julián und Enrique. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Illegales Straßenkind. Oh, Gott. Ist das eine Sarkassenlage? Jetzt wollen sie ihn nur um ein Lamp-Poß. Der nächste 16-jährige Junge, die ich aus dem Räder entfernen muss. Du bist der Mann. Ich habe genug von ihnen gehabt, um mir ein Leben zu dauern. Direkt vor. Du bist der Mann. Alles klar. Ach du. Ich bin oben. Einsatz. Oder ihm. Einsatz. So. So. Go straight through here. Ui, 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 ui. Ich brauche den Lobby. Cross over. Keep going straight. Alles klar. Achtung. Okay, nächste links. In illegal street racing get us to handle code 3. Hegne! Schuhren guten Abend! Hallöchen! Oh. Gut los geht's. Okay. Oh Gott. Schau, ich dachte, ich könnte den anderen entraten. Leute, was ist da los, Mann? Dring ihn in die Schatten. Da würde ich gern. Schieß doch mal drauf. Tschüss, Kim. Okay, hier drin sind keine mehr. Au, au. Gib Gas, Mann. So, Delgado. Jetzt bist du dran. Enough games, Phelps. Take this guy out. Oh Gott. Oh, Gabriel. Stehen bleiben, Mann. Come on. Oh, fuck. Bleiben Sie stehen. Goddammit, Cole. Hold it steady. Wow. Oops. Gabriel Delgado. Gabriel Delgado. You're under arrest for Grand Theft Auto. Fuck you puto. You should speak to the maricon. Valdez, I showed him. Now who is a man? I should burn his fucking collar. Okay. Juhu, wir haben ihn. You got a foreign dignitary, out it is a fruit and a kitty raper. A car dealer, we're gonna let slide for the kickbacks. And a street punk car, people sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing and we need more of it in this department. Ist schlecht. Kriegst du unser Kollege kein Lob? Müssen wir den jetzt vorhören? The Consul's Car. Yippie. 15 von 17 gefunden Hinweise. Scheiße. Fragen richtig, 11 von 14. Doof. Verletzung 0, Sachschaden 80, Fahrzeugschein 77, alles klar. Ist doch relativ günstig. The Consul's Car. Okay, den Fall habe ich eigentlich hier jetzt nirgendwo gefunden. Schade. Aber egal. Ahem. Do you have any plans for Weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It'd better be exceptional if any of you want Liberty this weekend. Calso! This carbine. The boar is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the boar is immaculate. Weekend Liberty canceled. Two day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Ganz, ganz böse. Befehlsverweigerung ist eigentlich... Eine himmlische Ehe. Oh! Ja, klasse. Ja, scheiße. Ja, oder würde ich doch sagen, meine lieben Freundinnen und Freunde... ...vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns... Uh! ...in der nächsten Folge, oder in der nächsten Aufnahmesession wieder. Die dann hoffentlich ein bisschen länger wird. Wir sehen uns. Habt einen schönen Tag! Ciao, ciao. Euer Kirk. Tschüu!